Ja hallo, herzlich willkommen wieder hier zu einer weiteren Folge der Photoshop-Profis von Galileo Press. Mein Name ist Alexander Heinrichs und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie Ihrem Bild einen schönen Vintage-Look verpassen können. Vintage wird durch verschiedene Parameter gekennzeichnet. Zum einen sind es verschobene Farben, die Blautöne sind meistens nicht mehr so. Wenn man sich mal so alte Farbbilde anschaut, dann geht der Himmel doch meistens nicht ins Blau, sondern eher ins Türkis. Dann sind die Farben auch etwas ausgewaschen, das Ganze ist etwas fahler und etwas blasser. Und allgemein ist natürlich einfach der Look ein ganz anderer, wie man von heutigen Digitalkameras gewohnt ist. Es gibt auf dem Markt viele Plugins, die helfen, diesen Look in Photoshop zu generieren. Aber ich möchte Ihnen in der heutigen Folge der Photoshop-Profis einmal zeigen, wie Sie ganz alleine nur mit den Bordmitteln von Photoshop einen solchen Vintage-Look erzeugen können. Also, ich will gar nicht lange rumreden, wir treffen uns gleich in Photoshop hier wieder. So, wir sind in Photoshop angekommen und ich habe hier mal eine schöne Fashion-Aufnahme hier aus Aschaffenburg. Also, das ist jetzt nicht irgendwo im Ausland entstanden. Man findet auch immer hier in der Umgebung immer schöne Spots. Man muss nur etwas suchen. Wie übrigens solche Aufnahmen realisiert werden, das können Sie nachschauen auf unserer DVD Creative Shootings, die ich zusammen mit Matthias Schweighofer gemacht habe. Aber da gibt es ganz viele Tipps zum Arbeiten Outdoor, zum Arbeiten mit Blitz-Outdoor, denn auch dieses Bild ist geblitzt. Ja, wer Spaß daran sowas hat, einfach mal in die DVD reinschauen. Und das Bild ist jetzt schon grundretuschiert. Das heißt, ich habe ein paar störende Bildelemente weggemacht. Es ist eine kleine Hautretusche passiert, aber viel mehr ist eigentlich noch nicht passiert. Und ich will aus diesem Bild, was an sich schon sehr schön ist, ein besonderes Bild machen. Und aus diesem Grund möchte ich diesem Bild einen Vintage-Look verpassen. Ich habe in der Einleitung ja bereits gesagt, worauf es ankommt. Es sind in der Regel Kontraständerungen, Farbänderungen. Alle solche Dinge kann man wunderbar in Photoshop realisieren. Es gibt aber auch, ich habe da hier mal ein paar Plugins auch installiert. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal ein Plugin von AlienSkin. Mit diesem Plugin ist es auch möglich, hier ganz verschiedene Vintage-Looks oder überhaupt Film-Looks auf sein Bild zu bringen. Die sind bei AlienSkin auch sehr schön individuell steuerbar. Das heißt, kann hier alle Parameter, die auf das Bild angewendet werden, wie eine Vignette, wie eine Textur und so weiter, noch beeinflussen. Und trotzdem möchte ich Ihnen heute mal zeigen, wie Sie ganz einfach in Photoshop selbst, auch ohne sich ein Plugin kaufen zu müssen, solche Looks erreichen können. Trotzdem, für die, die Zeit sparen wollen, sind solche Plugins durchaus mal einen Blick wert. Es gibt von den meisten die Möglichkeit, sich eine Testversion runterzulagen. Ich habe also hier das Plugin von AlienSkin, habe auch noch ein paar Nick-Filter. Die kommen gelegentlich durchaus zum Einsatz. Doch zurück zum Photoshop. Wir brechen das Ganze hier wieder ab. Das wollte ich eigentlich nicht abbrechen. Genau, so jetzt sind wir wieder auf unserem Ausgangsbild. Und ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, wie ich hier in Photoshop normalerweise vorgehe, um einen solchen Vintage-Look zu erreichen. Zunächst habe ich hier eine Ebene. Diese Ebene kommt bei mir fast immer zum Einsatz. Das ist eine Einstellungsebene schwarz-weiß. Sie sehen hier in der Ebenenpalette, ich scrolle gerade mal hoch und runter, es sind nicht viele. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf Einstellungsebenen, die ich brauche, um hier den perfekten Vintage-Look zu bekommen. Mit der ersten Ebene, mit der Einstellungsebene schwarz-weiß, erhöhe ich meinen Kontrast im Bild. Jetzt ist es so, wenn ich normalerweise den Kontrast erhöhe im Bild, nimmt automatisch auch die Sättigung zu. Wenn ich das aber über eine Einstellungsebene schwarz-weiß mache, die ich hier in dem Ebenenmodus weiches Licht über das Bild lege, ich klicke gerade mal hier auf die Einstellungen, dann passiert folgendes, dass der Kontrast steigt. Ich blende gerade nochmal ein und aus. Wir sehen also hier, der Himmel wird deutlich dunkler. Auch das Schwarz von dem Bikini und die Haare werden deutlich satter, deutlich dunkler. Dann bekomme ich hier eine Kontraststeigerung, aber dadurch, dass ich hier mit einer schwarz-weißen Ebene arbeite, steigt eben die Sättigung nicht. Und das Schöne an dieser Einstellungsebene schwarz-weiß ist, man sieht es hier sehr schön, ich kann hier die einzelnen Farbtöne getrennt voneinander hier beeinflussen. Ich kann also sagen, ich möchte den Himmel ganz besonders abdunkeln oder eben auch nicht. Genauso die Hauttöne kann ich hier, wenn ich jetzt mal hier hochgehe, auf die Rottöne, könnte ich also hier abdunkeln oder auffällen, je nachdem, wie mir der Look am besten gefällt. Und das ist das Schöne beim Arbeiten mit Einstellungsebenen. Ich habe also sehr viele Möglichkeiten, hier meinen späteren Bildlook zu beeinflussen. Also hier zunächst mal eine Kontraststeigerung, auch wenn ich bei der Einleitung gesagt habe, dass ich ein Vintage-Film charakterisiert ist durch ein Fehlen von Kontrast, brauche ich trotzdem diese Kontraststeigerung am Anfang, denn die weiteren Ebenen, die kommen, da werden Sie gleich sehen, dass hier der Kontrast deutlich nachlässt. Und da muss ich von vornherein hier schon mal etwas mehr Kontrast reinbringen, vor allem den Himmel will ich mit dieser Einstellungsebene deutlich stärker abdunkeln. Dann gehen wir zur nächsten Einstellungsebene. Ich habe bei der Einladung gesagt, dass die Vintage-Filme charakterisiert sind durch Farbverschiebungen. Wenn man sich alte Farbbilder anschaut, dann sind die Farben nicht mehr das, was wir mal waren. Gerade die Blautöne driften ganz häufig ins Türkis ab. Und da hilft uns natürlich eine Einstellungsebene selektive Farbkorrektur, weil dann kann ich einfach hier in die Blautöne gehen und hier in dem Fall einfach Cyan und Gelb etwas nach oben nehmen und vor allem Magenta komplett rausnehmen. Und das schafft mir hier diesen Türkis-Stich in dem Himmelsblau und damit schon einmal ein paar verschobene Farben, die schon so langsam und sicher in Richtung Vintage gehen. Jetzt ist das Bild natürlich im Moment noch zu kontrastreichen. Auch die Farbigkeit, die möchte ich gerne noch ein wenig ändern. Und deswegen habe ich hier eine zweite Ebene und zwar eine Verlaufsumsetzung. Bei der Verlaufsumsetzung ist es so, also es wird nicht ein Verlauf über das Bild gelegt. Ich mache das hier gerade mal in den Modus Normal, damit Sie das besser sehen können, sondern es werden die Tiefen getrennt von den Lichtern eingefärbt. Ihr seht das hier auf dem Bild jetzt sehr schön. Die Tiefen, also zum Beispiel der schwarze Bikini, wird lila eingefärbt und die Lichter, die werden grün eingefärbt. Aber auch hier möchte ich nicht im Ebenenmodus Normal arbeiten, sondern Sie haben es vorher gesehen, auch hier bin ich im Ebenenmodus Weiches Licht. Und in diesem Ebenenmodus führt es eben dann dazu, dass die Tiefen, also man sieht es jetzt sehr schön hier am Bikini, ich blende gerade noch mal ein und aus, dass der Bikini aufgehellt wird und eingefärbt wird. Das heißt, der ist jetzt nicht mehr tiefschwarzer, sondern der ist heller und hat so einen leichten lila Stich bekommen. Dafür haben die Lichter, wie die Haut und die Wolken, einen leichten grünen Stich bekommen. Und das passiert eben durch den Ebenenmodus Weiches Licht. Jetzt nähern wir uns schon ziemlich schnell unserem fertigen Endergebnis. Sie sehen, es sind auch nur noch zwei Einstellungsebenen übrig. Ich habe ja gesagt, das Ergebnis ist relativ schnell zu erreichen. Und eine ganz wichtige Einstellungsebene für den Vintage-Look in Photoshop ist einfach eine Farbfläche. Und diese Farbfläche, ich blende die Ebene gerade mal ein, bringt einen riesen Schritt in Richtung Vintage, weil durch diese Farbfläche hier die Kontraste auf einmal verloren gehen. Das Bild wird milchig, die Tiefen werden extrem aufgehellt, Lichter werden abgedunkelt. Und wie passiert das? Ich gehe hier gerade mal auf die entsprechende Ebene und Sie sehen, als Ebenenmodus ist hier Ausschluss gewählt. Und das bedeutet, die Tiefen, also die dunklen Bildbereiche, werden mit der eingestellten Farbe aufgehellt und die Lichter werden mit der Komplementärfarbe, deswegen eignen sich hier als Farbe, die man hier einstellt, alle Blautöne, Blau bis Türkis, weil das sind die Komplementärfarben, Gelb bis Rot, eignen sich die sehr gut, um hier dieses Bild eben aufzuhellen. Ich gehe gerade mal hier rein und zeige Ihnen mal, was passiert bei der Wahl einer unterschiedlichen Farbe. Also wenn ich hier dunkler gehe von der Farbe, verschwindet das milchiger, weil die Aufhellung nicht mehr so stark erfolgt. Und je weiter ich nach links gehe, umso fahler werden die Farben und je gesättigter die Farben werden, umso gesättigter wird natürlich auch der Farblook im Bild. Also für einen schönen Vintage-Look bleibt mir hier, dass er eine etwas blassere Farbe, die nicht allzu dunkel ist, um hier wirklich ein schön milchiges Bild zu bekommen. Und wenn man jetzt sagt, so wie ich in dem Fall, der Look ist gut, die Farben sind schön, ich habe durch diese Einstellungsebene Farbfläche nochmal nicht nur einen Kontrastverlust bekommen, sondern auch nochmal eine kleine Farbverschiebung durch diese Komplementärfarbung, Blau-Gelb. Aber die Kontraste sind jetzt doch ein bisschen zu stark nach unten gegangen. Dann ganz einfach nochmal zum Schluss eine Einstellungsebene Schwarz-Weiß oben drüber gelegt, bei der ich jetzt hier wiederum, Sie sehen es hier, wenn ich mal auf diese Ebene gehe, die blauen Cyan-Töne bewusst sehr stark nach unten gezogen habe, das heißt sehr stark abgedunkelt habe. Dadurch kommt hier der Himmel nochmal extrem nach vorne, wird also extrem betont. Ich blende gerade mal ein und aus. Und jetzt würde ich sagen, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Sie haben gesehen, einen Vintage-Look in Photoshop zu kreieren, ist nicht sonderlich schwierig. Ich habe Ihnen jetzt bewusst nicht die einzelnen Werte hier genannt, die ich verwendet habe, denn die Werte, die Sie hier bei den einzelnen Ebenen verwenden, hängen natürlich extrem von Ihrem Ausgangsbild ab. Sie finden die Arbeitsdateien natürlich wieder zum Download, aber halten Sie sich nicht sklavisch an die eingestellten Werte, sondern achten Sie darauf, entsprechend der Helligkeit Ihres Bildes, der Farbigkeit Ihres Bildes und so weiter, diese Parameter individuell auf Ihr Bild anzupassen. Aber Sie haben gesehen, fünf Ebenen in dem Fall reichen aus, um hier den perfekten Vintage-Look zu generieren. Eine Einstellungsebene schwarz-weiß, eine Einstellungsebene selektive Farbkorrektur, eine Einstellungsebene Verlaufsumsetzung, ganz wichtig, die Einstellungsebene Farbfläche im Modus Ausschluss und zum Schluss eben nochmal, um den Kontrast wieder etwas ins Bild reinzubringen, eine Einstellungsebene schwarz-weiß im Modus weiches Licht. Dann würde ich sagen, wir sind heute auch schon wieder am Ende. Heute ein etwas kürzerer Tipp bei den Photoshop-Profis, aber ich denke, ein Tipp, wo Sie Ihren Bildern einen ganz besonderen Look verpassen können. Würde mich freuen, wenn wir uns demnächst hier bei den Photoshop-Profis wiederhören. Bis dann. Ich glaube, Untertitelung des ZDF, 2020